Die richtigen Handschuhverständigen hier, das ist neu, diese Bäume sind angepflanzt worden, wahrscheinlich von der Gemeinde. Da laufe ich jetzt mal hin, das liegt noch brach, das ist auch ein Baugrundstück, liegt natürlich Wildermüll, sagt der Experte. Und da hinten ist das Stromding, das kennen wir auch schon, jetzt schreien sie hinter meinem Rücken wieder, wenn der Opa sollte helfen, die Handschuhe anzuziehen. Bloß wenn bei zehnfacher Auswahl die Handschuhe nicht passen und die Hände kalt sind, dann laufe ich trotzdem weg. Mich interessiert nämlich hier diese Qualität von dem Wall, sonst nichts. Hier ist ein Wall aufgeschichtet worden und hier geht es so weiter, hier ist ein Sender hier oben, guck. Später mehr, ich muss erstmal hier die Handschuhe anziehen, dem Kind, und dann gehen wir da ein bisschen weiter. Schöner Abend noch, hier ist ganz schön kalt, tschüss. Danke. ��.